Ja Jay, erstmal alles Gute nachträglich zu deinem 30. Geburtstag. Du hast ja mit deinem schönen Tor und auch der sehr schönen Vorlage ein tolles Geburtstagsgeschenk gemacht. Ja, erstmal muss Mannschaften Dank sagen, weil das für mich ist der schönste Geburtstag, feiert mein bis jetztes ganzes Leben. Ist denn jetzt der Knoten geplatzt und du wirst dem Energie noch viele weitere Tore schenken können bis zum Saisonende? Ja, hoffe ich, aber finde ich wichtig für die Mannschaft, funktionierend wieder und dann wichtig auch jetzt, wir haben richtig gut Weg gefunden und hoffe ich, die letzten vier Spiele, wir müssen alles geben, wir müssen noch besser gesagt, ich bin so.